Beirut ist die Hauptstadt des Libanon. Sie liegt am zur Levante Küste gehörenden Golfe de Saint-Georges am östlichen Mittelmeer, ungefähr in der Mitte des Landes in Nord-Süd-Richtung. Beirut ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes mit vielen Verlagen und Universitäten, unter anderem der Universite Saint-Joseph und der amerikanischen Universität Beirut. Die Stadt wurde vor dem libanesischen Bürgerkrieg oft als Paris des Nahen Ostens bezeichnet. Bevölkerung Die genaue Einwohnerzahl der Stadt ist unbekannt, da die letzte Volkszählung im Jahre 1932 durchgeführt wurde. 1991 betrug die Zahl schätzungsweise 1,5 Millionen, für 2012 wurden 2.060.363 Einwohner für Beirut und Umgebung berechnet. Das Auswärtige Amt schätzte die Einwohnerzahl im März 2014 auf rund 1,5 Millionen. Beirut ist die konfessionell vielfältigste Stadt des Landes und des Nahen Ostens überhaupt. In ihr leben Christen, Muslime sowie Drusen. Fast alle Juden haben Beirut seit 1975 verlassen. Der genaue Anteil der Konfessionen der Bevölkerung ist auch unbekannt, weil die Konfessionsangehörigkeit der Einwohner in der letzten Volkszählung im Jahre 1932 befragt wurde. 50% waren Christen, 50% Muslime, 30% davon Schiiten. Es ist möglich, dass die Mehrheit der Bevölkerung heute Muslime sind und unter den Muslimen die Schiiten in der Mehrheit sind. Dabei ist der Norden von Beirut überwiegend von Sonniten und Christen bewohnt. Der Osten Beiruts ist überwiegend von Christen bewohnt, der Westen überwiegend von Sonniten. Der Süden Beiruts ist überwiegend von Schiiten bewohnt. Geschichte Die früheste Erwähnung der Stadt datiert auf die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Die Stadt war bereits unter den Phönizien ein bedeutender Stadtstadt. Ihr antiker phönizischer Name lautet Biaroth. Ebenso im biblischen Hebräisch, im modernen Ivrit. Die Griechen nannten die Stadt Beta-Hetaro-Ypsilon-Omicron-Sigma. 63 v. C.H.R. Endete das Seelöquiden-Reich Pompejus machte das Gebiet als Serie Provinz des Römischen Reiches. Während der Römerzeit war die Stadt, welche nun als Kolonie den Namen Bæritus trug, sehr bedeutend und brachte bekannte Juristen hervor. Unter anderem Emilius Papinianus und Domitius Olpianus. Die Rechtsschule von Beirut war bis ins 6. Jahrhundert angesehen und bedeutend. Mindestens bis ins späte 4. Jahrhundert, vermutlich noch deutlich länger. War Latein die dominierende Sprache in der Stadt, damit hob man sich stark vom Umland ab. Im Jahre 551 zerstörten ein Erdbeben und eine nachfolgende Flutwelle die bis dahin wohlhabende Stadt. Im Jahre 635 wurde die Stadt von Arabern erobert. Sie nannten die immer noch stark zerstörte Stadt Beirut. Sie wurde wieder aufgebaut und der Handel begann erneut zu florieren. Von 1110 bis 1291 war sie und ein Streifen Mittelmeerküste in der Hand von Kreuzfahrer Fürsten. Beirut war wichtig für den Europahandel und hatte innerhalb des Fürstentums Galilea eigene Vasallen. Nach der Eroberung fiel Beirut zunächst an Volko von Guinne. 1166 gab Amalrich I. die Stadt als Lehn an Andronikos Komnenes, den späteren byzantinischen Kaiser, der sie jedoch nach dem Bekanntwerden seiner Affäre mit Königin Theodora verlassen musste. 1197 wurde Johann I. von Ibelin mit der Stadt belehnt, die damals stark zerstört war. Nach seinem Tode 1266 fiel sie an seine Tochter Isabella von Beirut. Die Kreuzfahrer errichteten in Beirut auch ein Bistum und erbauten eine Johannes dem Täufer geweihte Kathedrale, die heute als Moschee genutzt wird. 1291 brach das Königreich Jerusalem endgültig zusammen, damit endete die Herrschaft der Kreuzfahrer. Nach der Rückeroberung durch die Mamlukin 1291 unter Shujai war die Stadt meist von den Drusen beherrscht, auch wenn sie ab 1516 zum Osmanischen Reich gehörte. 1888 wurde Beirut ein Villa Jetsyriens, das die Santscheks, Latakia, Pripolis, Beirut, Akon und Bekar umfasste. 1895 eröffnete die Bahnstrecke Beirut-Damaskus. Mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg kam die Stadt als Teil eines Völkerbundmandats an Frankreich. 1942 eröffnete die Bahnstrecke Haifa-Beirut-Tripoli. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Beirut Hauptstadt des nun unabhängigen Libanon. Ausländische Investoren wurden durch die libanesische Freihandelspolitik angezogen. Beirut entwickelte sich zu einem Finanzzentrum. Es galt als Paris des Nahen Ostens. Während des libanesischen Bürgerkriegs wurde die Stadt im erheblichen Maße zerstört. Die Frontlinie zog sich mitten durch das Zentrum und teilte Beirut in einen muslimischen Westen und einen christlichen Osten. Im Juni 1982 drang Israel in den Libanon ein. Der Westen Beiruts wurde zehn Wochen lang belagert und beschossen. Israel zwang die PLO am 21. August zum vollständigen Abzug. Dieser fand unter Aufsicht einer multinationalen Schutztruppe statt. Am 17. September 1983 beschoss die US Navy erstmals Stellungen der Syrer in der Nähe von Beirut. Die multinationale Friedenstruppe verließ allerdings 1983 Libanon. Nachdem am 23. Oktober 1983 bei zwei Bombenanschlägen auf die multinationalen Hauptquartiere, die der Hisbollah zugeschrieben werden, 241 US-Soldaten und 58 Franzosen getötet worden waren. 1985 richtete Israel eine Schutzzone im Vorfeld der israelischen Grenze ein. Bei einem Autobombenanschlag am 8. März 1985, der dem schiitischen geistlichen Führerscheich Mohammed Hussein Fadl Allah galt, wurden 80 Menschen getötet und 256 verletzt. Im Oktober 1990 endete der Bürgerkrieg. Beirut wurde großteils wieder neu aufgebaut. Vor 1975 war die Innenstadt Beiruts Handels- und Vergnügungszentrum und interkonfessioneller Treffpunkt. In den mehrheitlich konfessionell bestimmten Stadtteilen war weniger öffentliches Leben. Die Innenstadt von Beirut war ein Ort der Begegnung und friedlichen Koexistenz, für die die Stadt jahrzehntelang Symbol gewesen war. In den ersten Kriegswochen wurde die Innenstadt bei zermürbenden Straßenkämpfen hochgradig zerstört. Sie verfiel im Laufe der Jahre und Kampfhandlungen zu einer Brachfläche und war ein unpassierbares Niemandsland. Kontrolliert von Milizen und Scharfschützen. Die besondere Topografie Beiruts, die Innenstadt liegt in einer Mulde, begünstigte, dass man Kämpfe in der Innenstadt von anderen Stadtteilen aus beobachten konnte. Während der 16 Jahre Bürgerkrieg gab es zahlreiche Friedensbemühungen sowie kurze oder längere Feuerpausen. Die Hauptkampfhandlungen und somit die gravierenden Zerstörungen gab es im Stadtzentrum und entlang der Demarkationslinie. Die West- und Ostbeirut trinnte. Die von einer Religionszugehörigkeit geprägten Viertel entmischten sich von den jeweils anderen Religionen. Der libanesische Schriftsteller Rashid al-Dhaif beschrieb die Stimmung der Bayruther Bevölkerung während des Krieges wie folgt. Der Krieg war dann aber kein Kampf von Arm gegen Reich, sondern von Arm und Reich gegen Reich und Arm. Palästinenser bekämpften sich untereinander, Syrer kämpften mit Palästinensern gegen Christen, dann mit Christen gegen Palästinenser. Schließlich die Christen untereinander und gegen die Drusen, alle miteinander und gegeneinander. Wer sollte das verstehen? Nach 16 Jahren Krieg hatten die jüngeren Bewohner kein Bild, keine Mental-Map der Innenstadt oder der jeweils anderen Seite. Stadtgebiete ohne Zugang hatte man ausgeblendet und auf der eigenen Seite neue öffentliche Räume, ZB, Handelsplätze, geschaffen. Die religiöse Entmischung hat Bestand. Einige Stadtgebiete bei Rutz haben kaum Überschneidungen mit anderen Stadtteilen. Beim Attentat auf Hariri am 14. Februar 2005 in Beirut starben 23 Menschen, darunter Hariri. Am 13. Juli 2006 griff Israel im Verlauf des Libanon-Krieges 2006 den Flughafen der Stadt an. Bei diesem und weiteren Luftangriffen wurden viele Libanesen getötet, Stadtteile, Verkehrswege und Infrastruktur wurden beschädigt oder zerstört. Bei Terroranschlägen am 12. November 2015 wurden mehr als 40 Menschen getötet. Zu den Anschlägen bekannte sich der Islamische Staat. Stadtentwicklung Während die Stadtentwicklung bis ca. 1840 auf ein relativ kleines Areal beschränkt war, fand unter spätosmanischer Herrschaft eine Ausdehnung auf die Bereiche außerhalb der Stadtmauern statt. Die zunächst sehr lose Bebauung verdichtete sich im Laufe der Zeit, vor allem entlang der wichtigen Ausfallstraßen nach Tripoli im Norden, Damaskus im Osten und Siedlern im Süden. Innerhalb der Stadtmauern wurden unter spätosmanischer Herrschaft zwei Durchgangsstraßen geschaffen. Während der Mandatszeit baute man diese Schneisen mit der Implementierung eines sternenförmigen Hausmannschen-Straßenschemas aus, sodass das mittelalterliche Beirut fast vollständig überformt wurde. Die Stadt wuchs aufgrund von Zuwanderungsbewegungen schnell an und es kam neben der Ausdehnung nach Süden zu einer Verdichtung in den zentrumsnahen Quartieren. Der Bürgerkrieg führte neben der Zerstörung der Bausubstanz zu umfangreichen Vertreibungsprozessen, die eine verstärkte religiöse Segregation der Stadt entlang der Green Line zur Folge hatte. Für den Wiederaufbau des Stadtzentrums wurde 1994 die private, als Aktiengesellschaft organisierte Wiederaufbaugesellschaft Solidere von Rafik Hariri gegründet. Der Name Solidere steht für Societe Liban-Eise-Pour-Le-Developpement et la Reconstruction de Beirut. Der zerrütteten Struktur der Gesellschaft sollte der erste Gedanke eines Wiederaufbaus gewidmet sein. Nach Ende des Konfliktes besteht vor allem die Notwendigkeit einer sozialen Normalisierung. Die ersten Schritte zum Wiederaufbau sind der noch meist physischer Natur. In Beirut versuchte man durch Aufräumarbeiten der Kriegsruinen die Lücken, die im Stadtbild entstanden waren, möglichst schnell, zumindest städtebaulich zu beseitigen. Erste Wiederaufbaupläne gab es bereits während des Bürgerkriegs innerhalb längerer Friedensphasen 1977 und 1983, die allerdings bei Wiederaufnahme der Kämpfe aufgegeben werden mussten. Erst 1991 nach dem Friedensabkommen von Taiyev wurde mit der Unterstützung des Multimilliardärs und späteren Ministerpräsidenten Hariri das damals größte Büro im Nahen Osten, da Al-Hanta sah. Mit ersten Studien zum Wiederaufbau von Beirut beauftragt, dessen Ergebnisse man noch im gleichen Jahr der Öffentlichkeit präsentierte. Trotz der Kritik von intellektuellen und zahlreichen Eigentümern in den betroffenen Stadtgebieten veränderte sich die Studie, die 1994 als endgültiger Masterplan vorgestellt wurde, kaum realisiert wurden. Die Planungen vom sogenannten Beirut-Zentral-Distrikt, kurz BCD, durch die Aktiengesellschaft Solidere, die sich mittlerweile von einer Wiederaufbau zu einer Immobiliengesellschaft gewandelt hat und deren Hauptaktionär der ehemalige Ministerpräsident Hariri war. Neben Solidere war der staatliche Wiederaufbaurat die wichtigste Institution im Wiederaufbau. Das CDR entstand bereits 1977 nach nur zwei Jahren Bürgerkrieg und sollte als ausführendes Organ des Planungsministeriums den raschen Wiederaufbau auf allen Ebenen vereinfachen und sicherstellen. Vor dem Beginn der Wiederaufbauarbeiten wurden die Eigentümer der Grundstücke innerhalb des BCD kurzerhand enteignet und mit Anteilen an der Firma Solidere entschädigt. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage im Nachkriegs-Libanon verkauften die meisten entschädigten Alteigentümer oder Eigentümergemeinschaften ihre Anteile wieder an solidere Flüchtlinge, die während des Krieges leerstehende Gebäude der Innenstadt besetzt hatten, erhielten je nach Verhandlungsgeschick unterschiedlich hohe Entschädigungszahlungen und räumten so nach und nach ebenfalls das BCD frei. So wurde eine Privatgesellschaft mit dem Wiederaufbau der Innenstadt von Beirut beauftragt. Dies führte zu einer Art Privatisierung der Innenstadt und zog zahlreiche Proteste nach sich, weil Teile der Bevölkerung sich mit den Wiederaufbauplänen für die Innenstadt nicht identifizieren konnten. Die Wiederaufbaupläne umfassen ein 1,8 Millionen Quadratmeter großes Areal und konzentrieren sich ausschließlich auf die Innenstadt von Beirut. Die Zerstörung entlang der ehemaligen Demarkationslinie außerhalb des BCD oder einzelne punktuelle Zerstörungen in der restlichen Stadt werden von den Wiederaufbauplänen von Solidere nicht berücksichtigt. Solidere legte der gesamten Planung einen Masterplan zugrunde. Nicht zuletzt aus Prestigegründen wurden und werden nach wie vor für einzelne Projekte internationale Realisierungs- und Ideenwettbewerbe veranstaltet. Die Aufgabe von Solidere bestand dabei von Anfang in der Organisation und Neustrukturierung der gesamten Infrastruktur des Areals der Innenstadt. Gleichzeitig aber hatte Solidere die totale Entscheidungsgewalt darüber, was gebaut werden sollte oder was abgerissen werden konnte. Stadtteile und Vororte Bauwerke M. Seid B. Haritreik Scheie Sukak Alblätt Seid Sportive Hippodrome Burtschel Bahrain Gobire M. Karafi Bayer El Abbit Shatila Kaskas Karakol El Drutze Manara Burtschabi Haida Jinnah Vororte Chufe Fina Dahilje Antelias B. Schamaun Juni Kultur Bauwerke Da in Beirut und dem Libanon viele religiöse Strömungen zusammentreffen, findet man eine große Anzahl bedeutender Sakralbauten. Die Mohammed Al-Amin Moschee ist eine in den 2000er Jahren neu gebaute sunnitische Moschee. Diese steht unmittelbar Nachbarschaft zur maronetischen St. Georgs Kathedrale, der Hauptkirche des Erzbesturms Beirut. Bis zur Einweihung der Mohammed Al-Amin Moschee war die Al-Omari Moschee die bedeutendste Moschee in der Innenstadt. Diese war vor ihrer Umwidmung zu einer Moschee die St. Johannes Kathedrale. Die St. Georgs Kathedrale der griechisch-orthodoxen Kirche befindet sich etwa 80 Meter nördlich der maronetischen Georgskirche auf der östlichen Seite des Sahad-an-Natschma Der Sternplatzes 200 Meter westlich des Platzes liegt die Kirche St. Louis des Peres Capuchins. Die Bischofskirche des 1953 errichteten lateinischen apostolischen Vikariats Beirut. Die Amir-Assaf Moschee befindet sich neben der Al-Omari Moschee. Auf dem Sahad-an-Natschma, dem Sternplatz, steht das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, der Urenturm aus osmanischer Zeit. Weiterhin befindet sich dort das Parlamentsgebäude des Libanons. Das frühere Holiday Inn Hotel Beirut Schauplatz schwerer Gefechte im libanesischen Bürgerkrieg ist eine Hochhausruine im Zentrum und Symbol des Krieges bzw. gegen diesen Museen und Grabungen im Stadtteil Arafia wurde ein 1961 DK Sekunden Nikolaus-Sursok-Museum eröffnet. Ein archäologisches Museum befindet sich direkt unter der griechisch-orthodoxen Georgskirche, wobei Ausgrabungen Funde aus der hellenistischen Zeit, der römisch-byzantinischen Epoche, dem Mittelalter und aus der Zeit des Osmanischen Reichs gemacht wurden. Das römische Bad ist eine öffentlich sichtbare Ausgrabung einer römischen Therme. Der Kinofilm Caramel von Regisseurin und Hauptdarstellerin Nadine Labaki spielt in einem Beauty-Salon in Beirut und zeigt das Alltagsleben von fünf Frauen in Libanon. Caramel wurde bisher in 50 Länder verkauft. Caramel zeigt das Leben in Beirut zwischen der Orientierung an westlichen Idealen und Mode und den alten Familientraditionen und religiösen Werten. Der Film Falafel ist Michael Kamauens erster Spielfilm, eine sozialpolitische Untersuchung über die Lebensweise im neuzeitlichen Libanon. In den 1960er und 1970er Jahren wurden im Piccadilly Theater im Stadtteil Hamra die Musicals der berühmten Brüder Mansur und Asira Bani mit Feiruts in den Hauptrollen aufgeführt. Am Alborch Place des Martes befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Rathaus das Opernhaus Beirut. Universitäten Institute Beirut ist Sitz mehrerer Universitäten Z. B. Universite Libanese staatlich Universite Saint-Joseph von Jesuiten gegründet American University of Beirut 1866 von protestantischen Missionaren gegründet Niist School of Theology kirchlich Al-Imam Al-Uzai University kirchlich Deutschsprachige Institutionen Deutsche Botschaft Beirut Goethe-Institut Deutschsprachige Gemeinde zu Beirut Orient-Institut Beirut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Daneben gibt es in der Stadt Niederlassungen der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung. Verkehr Der Flughafen von Beirut befindet sich im Süden der Stadt. Im Norden, nahe dem Innenstadtzentrum, liegt der Hafen von Beirut, der wichtigste Seehafen des Landes. Für den öffentlichen Verkehr bestand von etwa 1905 bis etwa 1965 ein Straßenbahnnetz. Bis zum Bürgerkrieg bestand in Libanon ein von Beirut ausgehendes Eisenbahnnetz mit Strecken U.A.R. Nach Syrien und zeitweise bis nach Palästina. Als Folge des Bürgerkriegs verkehrt heute im gesamten Libanon kein Schienenverkehrsmittel mehr. Söhne und Töchter der Stadt Berühmte Söhne Beiruts sind unter anderem der Schauspieler Kino-Riefs, der Sänger Mika, der Autor Elias Khoury, der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sowie der Fußballspieler Jusser Mohamed. Städte Partnerschaften Griechenland Griechenland Athen Frankreich Frankreich Paris Armenien Armenien Jerewan Kuwait Kuwait Kuwait-Stadt Frankreich Frankreich Marseille Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dubai Frankreich Frankreich Lyon Russland Russland Moskau Kanada Kanada Kwebe Irak Irak Bagdad Palastina Autonomiegebiete Palästinensische Autonomiegebiete Ost-Jerusalem Syrien Syrien Damaskus Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Los Angeles Türkei Türkei Istanbul Bilder Punkt 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 Klimatabelle Siehe auch Liste der Städte im Libanorden Vasallen des Königreichs Jerusalem, Hostage auf Teime